Das letzte Mal bei Resident Evil. Und so geht es weiter. Hey Freunde, wenn das Video schon so anfängt, dann heißt das nichts Gutes, ne? Aber keine Sorge, es ist nicht so schlimm, wie es vielleicht jetzt klingen mag, aber ich höre auf mit YouTube. Ne, Moment, das kommt ja später. Resident Evil hat ein kleines Problemchen. Der Ton von diesem Mikro, das hat so einen kleinen Wackelkontakt in letzter Zeit. Ich muss mir Neues holen, es ist schon steinalt. Und das Kabel wechsle ich schon, keine Ahnung, öfter als ein Windel von so einem... Wie heißen die Dinger, die da? Babys? Auf jeden Fall ist die Aufnahme jetzt für den Arsch. Ich habe eine Stunde aufgenommen und einiges erlebt, aber leider hört man mich nicht. Ich hätte natürlich meine Audiospur separat aufnehmen können, aber hey, ich mag es kompakter, statt wenn ich tausend Dateien habe. Ich hätte dann wahrscheinlich die Audiospur gelöscht oder sowas. Auf jeden Fall habe ich aber aus irgendeinem Grund auf einem anderen Speicherstand gespeichert im Spiel, als hätte ich es gewusst. Ich habe nämlich ca. 10 Minuten gespielt und dann gespeichert aus irgendeinem Grund, den ihr gleich sehen werdet. Diese 10 Minuten habe ich aber kurz zusammengefasst, ein wenig mit Gedichten. Und danach spiele ich weiter. Es wird zwar jetzt nicht mehr blind sein, weil ich die nächsten Ereignisse alle kenne, aber naja, Hauptsache es kommt jetzt was und ihr seht alles. Und deswegen viel Spaß, ich habe es nicht absichtlich gemacht. Vielleicht ein bisschen, ob ich zu ärgern. Und bis zum nächsten Mal. Oh ne, es geht jetzt los mit dem Video. Bis dann. Es begann mit einem Anruf von irgendeinem Brad. Und was wir dort hörten, klang gar nicht nett. Wir eilten dann weiter und es regnete Schlangen, von denen wir eine Vergiftung bekamen. Danach lösten wir ein Rätsel und wir bekamen, Achtung, eine wunderschöne Magnum. Endlich bewaffnet mit einem wunderschönen neuen Colt, wurden wir danach aber verfolgt. Dies war aber leider nicht der letzte. Sie lauerten an jeder Ecke. Wir erreichten dann endlich den Raum mit dem Serum. Aber es war nicht da. Das war eine Belehrung. Zu Glück habe ich dann auf einem anderen Stand gespeichert. Und so geht es weiter. Ja, Freunde, Technik ist manchmal echt ein Arschloch. Dieses Mikro ist aber schon steinalt. Deswegen, ähm, ich verzeihe dir, Mikro. Ich verzeihe dir. Ähm, folgendes. Was machen wir jetzt? Ich habe, wie gesagt, den Rest schon ein wenig gespielt. Ähm, ich habe zwei Parts aufgenommen. Beide Parts waren um die 30 Minuten. Das heißt, die nächste Stunde wird nicht ganz blind sein. Aber es ist etwas Besonderes. Schauen wir mal. Ich versuche aber alles zu vergessen, okay? Ich habe es ja nicht absichtlich gemacht. Moment. Nicht zu viel vergessen? Okay, siehst du, schon mal alles vergessen. Alles vergessen. Ähm, pass mal auf. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen sortieren hier. Ich weiß nicht, was ich mitnehme. Ich glaube, wir nehmen... Ähm, ich lege den Revolver jetzt erstmal weg. Denn ich weiß ja so ein bisschen, was passiert. Ich möchte nicht verraten, was passiert. Aber ich bewaffne mich ein wenig. Das Ding ist, ich bin vergiftet. Und ich habe echt keine Ahnung, wo ich mich geheilt habe. Seht ihr, dieses Gehirn ist echt für den Arsch. So, aber einen Raum möchte ich euch zeigen. Dort habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Und, ähm, läuft alles? Test, test. Sehr gut. Seht ihr, ich muss jetzt alles im Blick behalten. Ob es läuft oder nicht. Ja. So, und zwar diese Tür hier. Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Ja. Hier drin ist nämlich etwas, ähm, eigenartiges. Schaut euch erstmal an. Ich hab... Hört ihr das? Da habe ich mich erstmal verjagt. Lass uns erstmal das Licht ausmachen. Das wird hier so angedeutet. Ja, das habe ich auch gemerkt. Seht ihr? Das da, da ist eine Statue, die sich bewegt. Ne, das noch nicht. Den Zettel lese ich euch auch vor. Moment. Brief an den Sicherheitschef. Vertraulich. Aha. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten... Ah ne, das muss ich anders lesen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Erstens. Locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie die Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Zweitens. Sammeln Sie zwei Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster. Mit Ausnahme des Tyrannen. Eliminieren Sie den Tyrannen. Drittens. Sorgen Sie für vollständige Vernichtung des Arklay-Labors. Einschließlich allen Personals und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfälle als tragischen Unfall dar. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb des vorgegenden Zeitraums nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall wenden Sie sich direkt an Anschluss 5691. Viel Glück. Umbrella Hauptquartier. Das ist alles nur ein Übungs. Das ist alles nur so ein Testgelände. Weißt du, die testen jetzt, ob wir, ähm, ja, ob wir das hier überleben. Das sind ja alles Biowaffen, ne? Das sind ja keine Zombies, sondern Biowaffen. Ähm, ja, die, wir werden einfach nur, also die Biowaffen werden getestet an uns. Das ist eine Schweinerei, diese Bastarde. So, pass auf, seht ihr, er hat lilane Augen. Jetzt nehme ich zum Beispiel, warte mal. Da seht ihr, jetzt leuchtet es dort und ich brauche diesen gelben Edelstein. Das, was ich hatte, war, ähm, diesen Stein da oben. Den hatte ich geschafft zu holen, aber diesen hier. Der wollte nicht raus. Moment. Lass uns das mal versuchen. Vielleicht klappt es jetzt. So, dann will ich nach links schieben. Okay, jetzt muss er, da. Ein gelbglühender Edelstein ist das Auge. Wollen Sie ihn herausnehmen? Ja. Er ist mit etwas verbunden und bewegt sich nicht. Vielleicht muss ich das Licht ausmachen, weil der ging nicht raus. Der ging nicht raus. Ja. Ein Stierschädel. Okay, ohne Licht sehen wir es gar nicht. Gut. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß, was ich nicht versucht habe. Passt auf. Auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, ist was Rotes. Pass auf. Den holen wir uns jetzt erst mal. Und wir tauschen, oder wir setzen ihn auf der anderen Seite ein. Ich glaube, das könnte funktionieren. Jetzt muss er nur einrasten. Oder kann ich ihn so mitnehmen? Er ist mit uns verbunden. Verdammt nochmal. Wie machen wir das jetzt? Vielleicht weiter nach da schieben? Ah, ich glaube, das habe ich gemacht. Genau. Jawohl. So. Das kann ich jetzt rausnehmen. Das hat funktioniert. Was? Er ist mit etwas verbunden? Wie habe ich ihn denn rausgeholt? Ich hatte ihn auf jeden Fall. Genau so habe ich es gemacht. Ach so. Er ging jetzt raus, ohne dass ich da irgendwie... Also, das darf da nicht eingerastet werden. Ein Hirschgeweih. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich ihn jetzt rausholen? Das geht nicht. Nein, geht nicht. Und wenn er nicht... Warte mal. Was ist, wenn ich ihn jetzt verwende? Geht auch nicht. Na, scheiße. Jetzt ist das natürlich perfekt. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay. Der durfte nicht einrasten. Das habe ich nicht getestet? Okay, ganz simpel. Ich habe einfach jetzt ein bisschen geschnitten, Leute. Weil, wie gesagt... Ist nicht blind. Ich weiß nicht. Ich versuche aber trotzdem, nicht zu viel zu schnitten. Aber diese Rätsel sind halt ein bisschen nervig. So, wir dürfen unsere Vergiftung nicht vergessen. Ich habe gerade nachgedacht, wo ich danach hingegangen bin. Aber ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Puh, wir haben keine Waffe. Vielleicht sollten wir die mal ausrüsten. Ah, ich weiß, wo ich hingegangen bin. Genau. Wir können jetzt etwas erleben, was ich nicht erlebt habe in dieser einstündigen Aufnahme. Weil ich den Edelstein nicht rausbekommen habe. Und der Rote falsch ist. Da passiert nämlich etwas. So. Erst mal... So ein Erste-Hilfe-Spray mitnehmen. Sehr schön. So. Dann lasst uns jetzt mal den Raum suchen, wo dieser Löwe ist. Ihr wisst doch, wo ich den blauen Stein eingefügt habe. Warte mal. Wie kommen wir dorthin? Wie kommen wir dorthin? Das ist der Raum, ne? Ja, ich weiß, wie wir dorthin kommen. Aber da lauern einige Gefahren. Duh! Das habe ich auch nicht erlebt. Puh. Das ist jetzt scheiße, aber wir müssen eh hier hin. Wir müssen eh hier hin. Wow, da bin ich nicht lang gegangen. Heilige Karte, habe ich mich erschrocken. Schon ganz vergessen. Im ersten Teil kamen, also im Original kamen eigentlich Hunde aus dem Fenster. So, lass uns mal das Gelbe einsetzen. Hätte ich das Rote eingesetzt, wären Schlangen von der Decke geflogen. Und das ist jetzt richtig? Tatsächlich. Und was bekommen wir? Eine CD. MO-Diskette mitnehmen. Okay, jetzt können wir nochmal bestaunen, wie es zurückgeht. Eine CD. Wo gab es denn hier einen PC? Wo ich mir das ansehen kann? Ich weiß es gar nicht. Er scheint sich um eine Art Boot-Diskette zu handeln. Okay. Was steht da? Also 1000 zu 100. Was soll das zu bedeuten? Das kenne ich nicht. Das kenne ich alles nicht. Jetzt habe ich natürlich so einen blöden Smaragd bei mir. Das ist nicht so geil. So, jetzt müssen wir. Pass auf, ich klappe gerade alles irgendwie ab. Genau, ich bin dann da lang gegangen. Moment, wir müssen jetzt in die Haupthalle. Und das geht... Hier durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die habe ich nämlich eigentlich bekämpft und das war ein bisschen Munitionsverschwendung. Jetzt bin ich schlauer geworden. Aber das war echt lustig, wie... Ah, wisst ihr was? Genau, ich bin nämlich von der anderen Seite gekommen. Von der anderen Seite und da habe ich dieses Geräusch gehört und das war geruselig. Da dachte ich... Ist das de Peri? Ich hoffe, es ist de Peri. Aber es war nicht de Peri. Es waren diese Zombies. So, ich musste aber da durch. Sehr gut. Ähm, wobei, alles andere als sehr gut. Wir sind vergiftet, immer noch. Wo habe ich diese Pflanze gefunden? Ich weiß, ich habe irgendwo eine blaue Pflanze gefunden. Aber ich glaube, das dauert noch ein kleines bisschen. Ein klitzekleines bisschen. So, diese Tür geht nämlich auch auf. Sehr gut. Wisst ihr, wohin wir noch müssen? Wir müssen dann dorthin, wo von beiden Seiten diese Statuen standen und die eine mich zerquetschen wollte. Genau, hier gab es auch ein lustiges Rätsel. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde. Nicht einmal Suspenser. Dieses Geheimnis hinter dem Gemälde habe ich nicht gelöst. Hier ist das Gemälde. Ein Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Ich weiß aber nicht, was ich da machen soll. So, ich glaube, hier ist ein Farbband zum Speichern. Das nehme ich jetzt nicht mit. Wir müssen jetzt hier hin. Und hier werde ich jetzt auch schlau sein. Passt auf. Er kommt von der. Nein, er kommt von hier. Es ist gespiegelt. Oh oh. So, hier sind blaue Pflanzen. Genau. Ja. Wir sind geheilt, Baby. Nimm schnell. Ja. Weg, 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 weg. Jetzt das hier mitnehmen. Genau. Ah, den roten Edelstein brauche ich tatsächlich noch. Für das Ding. Und hier saß ich auch Ewigkeiten an dem Ding. Ich zeige euch mal, was wir jetzt machen müssen. Ich wollte erstmal die ganzen Folgen, äh, reimtechnisch irgendwie aufbauen wie am Anfang. Aber ich, vielleicht hat das auch genervt. Und ich habe ja zum Glück gespeichert. So, jetzt sind die Teile hier ausgefallen. Und jetzt müssen wir die hier einsetzen. Ich hoffe, ich bekomme es wieder hin. Ich glaube, das war so, dass ich dieses Stück jetzt hier oben platzieren muss. Ich hatte es nämlich die ganze Zeit hier unten, weil es irgendwie für mich logisch erschien. Seht ihr das? Sieht irgendwie besser aus. Aber dann habe ich es irgendwann mal nach ein paar Stunden gedreht. Ja. So. Pass auf. Wo kam das Ding rein? Ne, warte mal. Das war irgendwie... Ich glaube, das war sogar so. Genau. Dieses Teil kam dann hier unten hin. Ich hoffe, ich habe das noch richtig in Erinnerung. So. Dieses Teil kam dann... Ich glaube, da stimmt was nicht. Warte mal. Ich weiß, dass dieses Ding hier reinkam. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Kann es sein, dass... Kann es sein, dass dieses Ding hier oben hin muss? Ach, scheiße. Wie war denn das nochmal? Nein, das ist nicht richtig. Das sieht aber schon so ein bisschen richtig aus. Nur leider ist das hier ein bisschen... Warte mal. Lass es mal ein bisschen rumrätseln. Moment, Moment, Moment. Ich will das jetzt nicht beschleunigen. Das da will ich nehmen. Genau. So. Passt das echt nicht hier rein? Hier, das würde doch perfekt passen. Ja, so. Jetzt pass auf. Dieses Stück passt jetzt hier perfekt rein. Genau. Genau, das sieht richtig aus. Ich habe es aber anders gebaut. Guck mal, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß, dass ich das anders gebaut habe. Das kommt jetzt hier rein. Eigentlich. Komm schon. Das ist immer kein Quark. Das passt da perfekt rein. Und das kommt da dann hier rein irgendwie. Da. Also mach keine Faxen und pass da jetzt rein. Ja. Wir haben es geöffnet. Und hier bekommen wir jetzt etwas Interessantes. Und zwar eine Brosche, die ein Schlüssel ist. Und da ist das Wappen der Spencer eingraviert. Und wir wissen alle, wo die Spencer-Tür ist. Ja. Genau, das müssen wir jetzt mitnehmen. Und dann gleich einsetzen. Das Geheimnis aber, das habe ich nicht rausgefunden. Oder ist es vielleicht dieses Gemälde hier? Nee. Und hier war? Genau, ein Farbband. Das nehmen wir nicht mit. Nein, 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 nein. Brauchen wir jetzt nicht. Darin liegt ein undefinierbares Organ. Es könnte von einem Menschen oder einem Tier stammen. Einfach mal abschließen. Das habe ich nicht getestet. Ansonsten habe ich eigentlich so gut wie alles getestet. Hier ist auch so eine Kugel. Ein Globus. Das Gemälde hier. Naja, wie gesagt, das Rätsel habe ich nicht gelöst. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. So. Jetzt müssen wir zu der Spencer-Tür. Und diese Spencer-Tür befindet sich... Wo war das nochmal? Wo war nochmal diese blöde Spencer-Tür? Ja. Wartet mal, wartet mal. Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Da oben. Da oben ist sie. Das heißt, wir müssten eigentlich durch den Friedhof durch. Ja, durch den Friedhof durch. Oder an den Hunden vorbei. Können wir uns aussuchen. So. Lass uns mal am Friedhof entlang. Ich habe jetzt echt viele Sachen dabei. die ich eigentlich nicht brauche. Vielleicht können wir das leerschießen. Die Feuerkugeln. So. Raus aus dem Friedhof. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Wir erreichen schon irgendwie... Wir schaffen in diesem Part, glaube ich, alles, was ich in diesen drei... ...eine Stunde Parts da geschafft habe. Part. So. Okay. Rein da. Von hier aus genau. Da kommen wir jetzt an diesen Gemäldern vorbei, ne? An den Krähen, die mich anschreien. Die immer wütend sind. Die sagen... Diese blöde Jill. Wackelt mit ihren Möpsen und macht mit ihren Schuhen alles dreckig, obwohl wir hier gerade geputzt haben. Räh, räh, räh. Ja, ja, ja. Ihr habt... Ihr habt recht. Doofe Jill. So. Was gab es denn noch mal hinter der Tür? Ihr habt Glück, dass ich echt ein Goldfischgedächtnis habe. Ja. Ne, ja. Leg ihn ab. Ich glaube, ich weiß, was wir hier bekommen. Etwas, bei dem ich auch nicht weiß, was mir das bringen soll. Ich habe zwar eine Ahnung, wo das eingefügt werden kann, aber... Ach, genau. Hier habe ich mich aufgeregt. Dachte, nein, müsste ich jetzt das Feuerzeug holen oder bla bla bla. Aber nein, hier gibt es eine Lampe. Da. Das ist eine Lampe. Ja. Und da ist ein offenes Fenster. Und jetzt achtet mal auf das offene Fenster. Das wird gruselig. Oh, Schrotfunk-Munition. Nehme ich nicht mit. Okay. Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Und jetzt achtet auf das Fenster immer noch. Achtet auf das Fenster. Hier haben wir jetzt so ein Wappen. Metallobjekt mitnehmen, ja. Batterie und passt auf, passt auf jetzt. Achtet auf das Fenster. Wie nichts passiert. Ich war voll angespannt die ganze Zeit, dass da was rausschüpft oder sowas. Aber nein, ist nichts passiert. So, alles gut. Gut. Jetzt haben wir dieses Ding. Ich weiß ungefähr, wo das reinkommt. Also ich kann mir gut vorstellen, wo es reinkommen könnte. Aber es will da nicht reinpassen. Und zwar unter der Treppe ist doch so ein Fahrstuhl. Und da sind zwei Zeichen mit exakt dem gleichen Muster. Aber Jill hat dann gesagt, Nö. Nö, du Penner. Ungefähr so in diesem Tonfall. So. Jetzt machen wir folgendes. Wir rennen wieder zurück. Und werden etwas Grausames erleben. Etwas Schockierendes. Ich muss aber nicht verraten, was. So. Ich hasse das. Meine Haare irgendwie, ich will sie das ein bisschen rausgucken, aber die sehen dann irgendwie zu doof aus. Weil mit dieser Mütze sehe ich aus, hat einer schon geschrieben, als hätte ich da irgendwie so eine Chemotherapie hinter mir. Was nicht witzig ist. Nein. Hey. Ich meine, das sieht so aus. Das hat die Person gesagt. Und jetzt denke ich immer, ah. Verdammt. So. Test, test. Die Aufnahme läuft noch. Ich muss es immer wieder testen. Feuerchen. So. Einmal rein hier. Ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, was ich meine mit unterm Fahrstuhl. So. Flops, flops, flops. Als ich gestern auch die Folgen gerendern wollte und gesehen habe, dass der Ton weg ist von mir, also ich ziemlich leise bin, dachte ich auch, oh shit, was machst du jetzt, Mann? Was machst du jetzt? Projekt abbrechen. Ketten rascheln. Ist es sie? Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag? Ich will es gar nicht wissen. Da seht ihr, die will es nicht verwenden. Obwohl, das passt perfekt hier rein. Wir werden auch gleich das zweite Teil finden. Das habe ich auch schon gefunden. Und selbst dann hat sie gesagt, nö, das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich muss nach oben, ne? Ich muss nach oben und dann zeige ich euch mal etwas. Das erreichen wir noch heute in der Folge. Sehr schön. Das freut mich sehr. Jetzt kommt nämlich ein sehr spannender Teil. Ein sehr, sehr spannender Teil. Leider ist mein Überraschungs... Überraschungsei weg, wollte ich sagen. Mein Überraschungseffekt weg, aber ihr seid ja noch da. Wir müssen hier durch. Da seht ihr schon die rote Tür. Da will ich rein. So. Ich merke gerade, ich bin doch ziemlich weit noch gekommen. Oh, ne, das war nicht hier. Moment, Moment. Stimmt, wir müssen da, wo diese... wo wir den Fake-Schlüssel eingesetzt haben und fast zerquetscht werden. Da muss ich hin. So, gesundheitlich geht das sonst ganz okay. Ich nehme das mal mit. Aus Gründen. So, go. Oh, die Musik steigt schon an. Obwohl es noch gar nicht losgeht hier. Beruhig dich, Musik. Beruhig dich. Jetzt, jetzt. Ah, schon wieder nichts passiert. Da habe ich euch wieder verarscht. So. Ich glaube, wir müssen dann noch eine Tür finden. Dann können wir den Schlüssel wegschmeißen. Ich weiß auch, wo die Tür ist. Genau. Was ist das? Habt ihr das gehört? Scheiße. Ich habe mich echt erschrocken, Mann. Scheiße. Ich habe schon vergessen, dass sie da auftaucht. Oh, man. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das Teil hier mitgenommen habe. Brennen, du Mistvieh. Ich habe nämlich zuerst mit einem Revolver nur gegen das Ding gekämpft. Und das hat ein bisschen gedauert. Revolver und Pistole. Jetzt haben wir wenigstens den Granatenwerfer mit. Ach Mist, das war dumm. Ah, komm her. Es wird schnell. Es sieht auch eher aus wie so ein Blutekel, gepaart mit einer Schlange. Bist du vielleicht ein bisschen Granatenwerfer-Munition sparen? So ein ganz bisschen. Nein. Warnung steht da. Okay, ich lasse den Schüssel. Ich lasse den Schüssel. Ballern wir einfach mal das Hören aus diesem Mistvieh. Geht doch. Oh, ein Buch. Was da wohl drin steht? Ach, dieses Mistvieh blockiert jetzt den Weg. So. Na, was gibt es hier? Okay. Eagle of South, Wolf of North. Aha. Untersuchen wir mal. Wir hatten ja schon so ein ähnliches Buch. Und... Sieh an, da ist ja ein Wappen. Ne, dieses Wappen habe ich auch gefunden. Äh, ich weiß auch nicht, wofür das geeignet... Also, wofür ich das brauche. Ich habe es auch schon untersucht. Moment. Stehe. Also, auf der anderen Seite sind es nur drei Punkte. Aber ansonsten passiert nichts. Jetzt habe ich auch noch die Diskette. Verdammt. So. Gut, jetzt haben wir die Schlange auf jeden Fall erledigt. Hoffentlich flüchten kann sie nicht mehr so leicht. Und die Tür da hinten ist übrigens verschlossen. Also, da unten ist noch eine Tür, aber die ist, ähm... Verbarrikadiert oder kaputt oder so ein Scheiß. Funktioniert auf jeden Fall nicht. So. Wir müssen jetzt woanders hin. Und zwar... Sollten wir vielleicht speichern. Und wir müssen zu einem bestimmten Speicherpunkt. Und zwar dort, wo Barry uns auch mal Munition und so liegen gelassen hat. Übrigens, die Folge mache ich jetzt 30 Minuten lang, weil es sich viele gewünscht haben. Einige haben gesagt, hey, nein, Holly, das ist ein bisschen zu viel für mich. Aber naja, die Let's Plays verschwinden ja nicht. Ihr könnt ja dann nach und nach irgendwie gucken. Vielleicht irgendwann habt ihr ja vielleicht mehr Zeit. Einen Abend lang frei. Könnt ihr euch vielleicht zwei Parts angucken. Drei Parts und wieder aufholen. So. Ist ja wie eine Serie. So eine Serie. Also die Folgen dauern ja auch immer so 50 Minuten. Als ich vom Anime... Die haben erstmal Bleach geguckt und dann haben wir Dexter geguckt. Und dieser Umstieg. Animes gehen 20 Minuten. Und dann sind da erstmal 5 Minuten Intro. 5 Minuten Outro. Und dann ganz viele Rückblenden und was weiß ich alles drin. Und dann Dexter. Boom. Eine Stunde läuft das. Ähm. So, warte mal. Ne, ich muss nicht dahin. Ich muss... Auf die komplett andere Seite, man. Ich muss auf die komplett andere Seite. Das wird nervig. Und ich hoffe, wir kratzen da in der Zwischenzeit nicht ab. Oh. Ja, ja, ja. Brüllt mich nur an. Ist okay. Ist okay. Ich frag mich, wann die losgehen. Ah! Eine Tür. Ne, kleiner Scherz. Ich warte aber auf den Moment, wo hier etwas steht. Also, wäre ich der Entwickler, hätte ich hier was eingefügt. Ja. So. Genau, der Typ liegt da. Ich dachte erstmal, der wird irgendwie erwachen. So. Pass auf. Wir sind jetzt hier. Wir müssen jetzt in die Haupthalle. Und dann dorthin. Also zum anderen Speicherpunkt. Also die komplett andere Seite. Ist ein weiter Weg. Ein weiter und nerviger Weg. Aber Jills Möpse wackeln immer noch. Motiviert herum. Motiviert herum. Ich finde, Jills Brüste brauchen einen eigenen Titelsong. Der wird der. Wie war es mit Sport-BH oder sowas? Das Album nennen wir Sport-BH. So, halt mal die Schnauzehalle jetzt. Ist nicht witzig hier. So. Ich glaub, wir gehen mal oben lang, oder? Warte, wenn ich jetzt hier nach oben. Zack. Ja, ja, ja. Das geht hier. Wir müssen tatsächlich hier lang. So, wir bekommen auch gleich Besuch von einem Mistvieh. Ich weiß nicht, ob ich das mit Pistolen töte oder ob es mich tötet. Wie viel Schuss haben wir noch? Sieben. Ich rüste das aus. Ich weiß. Die Folge ist nicht so spannend, wenn ich schon so einige Sachen weiß. Aber hey. Wie gesagt, hab's nicht absichtlich gemacht. Es tut mir leid. Was anderes kann ich nicht sagen. Es tut mir leid. So. Der Thron ist nur noch da. Sehr gut. Da ist das Mistvieh. Komm her. Wenn wir nicht springen können. Das lebt noch. Das lebt noch. Scheiße, ey. Ich frage mich, ob die auch wieder als Superform zurückkommen. Ich meine, es hat einen Granatenwerfer-Schuss ausgehalten. Ich habe das erste Ding mit dem Revolver erledigt. Holy moly. Jetzt können wir auch ein bisschen austauschen. Und zwar mache ich folgendes. Ich lege das hier mal weg. Und ich lege das hier mal weg. Die Diskette. Keine Ahnung. Behalten wir auch erstmal. Ich lege auch das hier weg. Leute sagen jetzt wahrscheinlich, oh nein, Holly, du Idiot. Nein, 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 nein. Du brauchst die Diskette gleich oder das Weapon. Aber naja. Und ich will den Revolver mitnehmen. Damit ein bisschen kämpfen. Und das möchte ich verwenden. Ach ja, genau. Hier, speichern. So. 27 Minuten haben wir schon. Ein bisschen weniger, weil ich ein bisschen geschnitten habe. So. Wo ist denn das Farbband, Mann? Jetzt mir eine Flasche. Eins haben wir nur noch. Oh, oh. Äh, ja. Wisst ihr was? Dann mache ich hier jetzt Schluss. Dann mache ich jetzt hier Schluss. Und ich speichere einfach mal hier. Falls der auch nochmal jetzt auch im Arsch ist. So, speichern beendet. Wir haben ein Farbband. Das heißt, das nächste können wir ruhig mitnehmen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden jetzt gleich in der nächsten Folge etwas erledigen. Wieder ein kleines Rätsel. Ich kenne die Lösung. Und dann werden wir noch ein Gebiet erforschen. Und danach ist es blind. Also ich glaube, die ersten zehn Minuten der Folge werden nicht blind sein. Jetzt haut ab. Ich verplopper mich. Bis dann.